Sechs Jahre sind vergangen, seit die Vereinten Nördlichen Königreiche bei Brennanibgards Armee schlugen. Hunger und Krankheit plagen den Norden. Anderlinge leben in Ghettos. Immer mehr flüchten in die Welt und schließen sich den Sotiatel an. In Temerien wird ein heimtürkischer Anschlag auf König Foltes verübt. Der Monsterjäger-Geralt von Riva tötet den Attentäter. Ein Monat vergeht. Foltes Armee siegt am Pontar und wendet damit den Bürgerkrieg. Allerdings wird Foltes in diesem Triumph einen rohen Preis zahlen müssen. Temerien im Jahre 1271 Errol, errol! 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 So viel Wie wär's zu Die Königin hat mich Morgen zusicheren lassen der Beginn der Erstürmung wir haben uns beim Tempel getrennt Ja, ich hab keine Ahnung, wovon er hier labert. Nehmen wir doch den... Den die vielleicht zuerst den König machen sollen. Hm, weiß ich nicht. Möglich wär's. Äh, die ich vielleicht doch tun sollen. Ah, jetzt fehlt mir wahrscheinlich etwas. Ah, fickt doch, Mann. Was ist blöd? Naja, ich würde jetzt wahrscheinlich doch eh nur überleben, oder? Geht in erinnern. Darf ich jetzt kämpfen? Oh, ich seh heiß aus. Nimm doch dein Silberschwert, das ist doch viel besser. Ja, das tut mir schon wieder weg und nimmst das. Alles klar. Und dann gehen wir auf Igni. Igni und so, wenn wir uns die erste Sparkung. Ah, komm. Ah, komm. Ja, ich bin mir nicht gut. Wie ihr da? Geil, hier großes Chaos. Aber ich hab's gepackt. Lord Seuxen, stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte. Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät. Mir nach, meine Herren, für Temerien. Oder Temerien, je nachdem, wie man es ausspricht. Lord Zwan, eure Leute kommen mit mir. Wir müssen Aryan Labalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen. Zu Befehl. Geralt, meine Herren, mir nach. Die Ehre ruft. Oh ja, die Ehre ruft. Willkommen im Prolog von der Witcher 2. Ich habe das Spielmarkt mit der Geschichte, den ich mir kommt. Ich bin mir nicht sehr vertraut. Ich wünsche mir einen Riefreif. Danke. Zieht euch zurück, verdammt. Ich verbiete euch zu sterben, verstanden? Das ist doch mal schön. Die Schweinehunde sind gut postiert. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Aber natürlich. Ich liebe alles, wo wir das Problem lösen. Dann lassen wir mal die Balliste das Problem lösen. Da geht es runter. Kommt runter runter. Ah, spring. Spring. Ich kann nicht eigentlich zwischenspeichern. Ah, schon. Gut. Das ist das. Das ist eigentlich das wichtigste. Das müssen wir von vorne anfangen. Oh Mann. Das wäre nicht gut gewesen. Nee, da kommt ja niemand. Hallo. Weißt du was? Ich gehe jetzt gerade mal auf A und dann habe ich Ruhe. Dann. Tschüss. So, das wirken wir von Zeichnen. Äh, Zeichnen. Oh mein Gott. Hopp. Er hat mich auch umgehauen. Und jetzt, da kommt ein Dritter. Und das heißt, ich bringe ihn immer noch sehr öffensiv. Tut mir leid. Und zack. Okay. Yeah. Ja, war schön. Und das heißt, das bist du dran. Tschüss. Oh, yeah. Ich mag die Zistepenzen. Den haben wir auch. Hey, da steht ja schon wieder. Böderbrenner. Piss dich. Okay. Moment. Dann nehmen wir... Was ist nochmal hier? Was soll nochmal hier? Ich weiß, das ist nicht, was hier ist. Ah, das war die Falle. Uh, das ist gut. Spannen wir mal die Balliste. Okay. Schneller, drück schneller. Liegt hier Geld rum? Das muss ich unbedingt aufsammeln. Ähm, hier. Ey, lauf in die Falle rein. Ähm, das war die Falle. Ich nie, ich fern. Maxi war kontrollieren. Ne, bleiben wir bei A. Komm her. Oh, Mann. Ah, geiler Uf. Und... Starr. Oh, oh, der hat noch ein paar Pfeis. Was ist das? Jetzt schauen wir mal, ob ich erst mal was hier... Kann ich nicht aufheben? Schade. Hey, schade ihn. Briechen wir mal lieber Liste aus. Ja, hier kommt noch mal eine Gegnerwelle. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Dass gleich noch eine Gegnerwelle kommt. Oh, Mann. Vier Stück. Dann, ich geh jetzt mal auf... Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Und... Und wieder da ist. Bam, ba, ba. Und... Tödert den Hexen. Töte den Mixer. Ja, nein, nein, nein. Okay. Jetzt geben wir noch mal vier. Ver syrup mir viele anderes. Oh, Mann. Na es ist gut. Oh, ja. und abschließend das feiert alle auf den Tunnel auf den Turm die Götter mit uns sind, kann ich hier die Leichen durchsuchen kann ich hier überhaupt irgendwas durchsuchen zu viel Deutung ich wenigstens, wenn es dich suchen muss lassen die Gegner der hat einen Schöpfe oh man das reicht nicht, das reicht nicht ich weiß nicht ja, geil Höte den Wixer will er schwärmen? Nein diesem Job kann niemand beschweren sechs wie dich ich weiß nicht was ich kann hier wieder keine Leiche suchen unglaublich ich will das mal da stand das da stand da ok muss ich tun? muss ich mal hoch? ok, gehen wir da hoch ich spreche mal wieder das vergiss ich eigentlich viel zu oft und dann habe ich ein Problem ich kann auch hoch ok, das ist so nötig oh da, durchsuchen alles nach oh ja, wir suchen alles nach wenn ich dann durchsuchen oh ja, die kann ich durchsuchen kurz wird wenn ich dann irgendwann nicht cool beitwendig sein sollt man König mal schießen tief tief nicht, damit der coronade ok das war wirklich na, dass du konnte dich nicht in der nein Alice Das ist ein Problem. Das ist so easy, doch. Das ist wirklich tough. Oh! Und geht's. Nice one. Ja, das hat auch viel zu tun. Das gibt mir die Hände hier. Nein, nein, nein. Potsdam. Und Potsdam. Und... Nein, nein, nein. Komm. Und weiter geht's. Schlag die Tür ein. Los, schlag die Tür ein. Schlag die Tür ein. Schlag die Tür ein. Oh, steh ich wohl im Weg. Egal, spreche ich erst mal. Und dann würde ich sagen, schlagen wir in der nächsten Folge Tür ein. Ich gehe euch dann auch aus dem Weg. Tschüss mit euch. Ciao.